So Leute, im heutigen Video werden wir uns über einige verschiedene Trading-Gelegenheiten unterhalten, denn jetzt, wo der Markt so ganz allgemein wieder nach oben trendet und Altcoins auch wirklich wahnsinnig laufen, da fragen mich momentan einfach viele Leute, was sie machen sollen, wie die Trading-Setups momentan aussehen und genau deshalb gibt es heute ein weiteres Video von mir. Und auch in Zukunft werde ich wieder mehr von meinen eigenen Trades bringen. Ich werde sogar noch einen dedizierten Telegram-Announcement-Channel bringen, um euch über alles auf dem Laufenden zu halten. Falls das eine Sache ist, die euch interessiert, würde ich sagen, abonniert den Kanal und vor allem aktiviert auch die Glocke. So, dann lasst uns jetzt mal über ein paar Trading-Gelegenheiten sprechen. Die erste Gelegenheit ist meiner Meinung nach so ganz einfach Altcoins, denn wenn man sich mal diese nach unten gerichtete Trendlinie für Ethereum anschaut, können wir sehen, dass wir ganz klar nach oben ausgeboren sind. Und das Ding mit Ethereum ist, dass Ethereum dazu neigt, einfach die anderen Altcoins anzuführen. Seitdem wir also hier ausgeboren sind, sehen wir diese wahnsinnigen Gewinne bei Altcoins. Das ist generell, wir haben 165% bei GMT, bei WAVE 65%, Silica 265%. Ich meine, wenn das nicht nach Altcoins riecht, dann weiß ich auch nicht. Und gibt es jetzt ein paar weitere Möglichkeiten? Klar gibt es die und ich will euch zeigen, achso und nochmal, ich will euch hiermit nicht sagen, dass ihr jetzt bei diesen ganzen Sachen all in gehen sollt. Ich will euch ganz einfach ein paar verschiedene Setups zeigen und dabei auch ein paar wichtige Katalysatoren nennen, die momentan in Anmarsch sind. Bei XRP haben wir natürlich dieses riesige Dreieck und das ist jetzt auf dem Weekly Chart, okay? Wir können also sehen, dass wir dieses Pattern haben auf dem Weekly Chart und das ist an sich bullisch. Wir haben diesen massiven Pump nach oben, dann Konsolidierung. Gibt es jetzt einen Katalysator, der uns ermöglichen könnte, über dieses Level zu kommen? Und den gibt es. Das Erste ist, dass wir diese Gerichtsverhandlung mit der SEC haben, was ja auch der Grund dafür ist, dass XRP sich ein bisschen schlechter entwickelt hat als der Markt. Im Grunde genommen deutlich schlechter als der Markt. Wie gesagt, ich will euch jetzt nicht damit sagen, dass ich grundsätzlich super bullisch auf XRP bin, was das Fundamentale angeht, aber das ist ein Trading Setup. Und es sieht danach aus, als würde XRP tatsächlich anfangen, hier zu gewinnen. Oder ja, sie scheinen gegen die SEC zu gewinnen. Das könnte, wenn es so kommen sollte, ein Riesenkatalysator dafür sein, dass XRP über dieses Level bricht und dann haben wir den nächsten großen Widerstand bei 2,75 Dollar. Jetzt gerade, ihr müsst euch vorstellen, jetzt gerade sind wir bei 86 Cent. Das ist natürlich eine Riesensache, die wir für XRP im Auge behalten müssen. Wir müssen auf jeden Fall diesen Rechtsstreit weiter beobachten und was dabei herauskommt, natürlich werde ich euch über all das auf dem Laufenden halten. Ein weiteres großes Trading Setup, das haben wir bei Pogme und ihr wisst, das ist ein Projekt, das ich selber auch halte. Für mich ist das so eine langfristige Sache, weil, okay, lasst uns zunächst mal darüber sprechen, was es ist. Im Grunde genommen, so wie ich das Ganze sehe, ist es eine dezentrale Krypto-Version von OnlySense. Und ich meine, ihr könnt über OnlyFans denken, was ihr wollt. Das könnt ihr machen, aber es ist natürlich nicht zu leugnen, dass die wahnsinnige Menge an Geld machen. Also, offensichtlich gibt es einen riesigen Markt dafür. OnlyFans ist auf jeden Fall ein Abonnement-Dienst für Internet-Inhalte mit Sitz in London, bei dem die Ersteller von Inhalten Geld von Nutzern verdienen können, die ihre Inhalte abonnieren. Das bedeutet, es ermöglicht den Erstellern von Inhalten direkt von den Fans, Geld auf monatlicher Basis zu erhalten. Aber auch einmalige Trinkgelder und Pay-Per-View-Funktionen. Wenn ihr euch die aktuelle Chart anschaut, könnt ihr sehen, dass, Moment, und wenn man sich jetzt diesen Chart hier anschaut, kann man sehen, dass genau hier, wo ich das erste Mal darüber gesprochen habe, dass im Grunde genommen, in gerade mal ein paar Tagen ist das um 570, also fast 600 Prozent gestiegen. Im Grunde genommen eher in einer Woche, also ein bisschen mehr als einer Woche. Dann gab es ein bisschen Konsolidierung, einen weiteren Pump um 300 Prozent. Und die haben einfach immer mal wieder diese Zeiten, wo sie wirklich absolut verrückt ansteigen. Jetzt gerade, selbst in den letzten paar Tagen, haben wir einen richtig schönen Anstieg von 100 Prozent gesehen. Aber jetzt schaut euch das mal an. Also wenn man sich mal so den ganz allgemeinen Trend anschaut, dann kann man sehen, dass wir hier so eine Art Boden gefunden haben. Wir haben also hier eine Art Boden, dann Konsolidierung. Und dann sind wir wieder ein bisschen nach unten gebrochen, haben versucht, noch einmal durchzubrechen. Und jetzt, jetzt gerade haben wir es, oder wir stehen gerade tatsächlich kurz davor, diese Marke wieder zu durchbrechen. Wenn man sich also, wenn man sich ganz einfach die Technicals anschaut, die Charts, dann sieht das ziemlich gut aus. Sollten wir es also tatsächlich schaffen, hier drüber zu brechen, dann sieht das meiner Meinung nach nach einer richtig guten Gelegenheit aus, dass wir hier richtig anfangen können zu steigen. Abgesehen davon hat Pockme sogar auch eine ganze Menge neues Material für seine Plattform produziert. Wie ihr wisst, die haben im letzten Jahr 10,7 Millionen Dollar in gerade einmal drei Wochen gesammelt. Und ich meine, die haben ein Weltklasse-Team. Das Team ist on point. Im Grunde genommen ist alles mit diesem Projekt on point. Auch fundamental gibt es meiner Meinung nach viele Gründe, warum wir es jetzt schaffen könnten, hier nach oben durchzubrechen. Weil man muss zum Beispiel sehen, es gibt viele Gründe, warum jemand, der momentan auf Onlyfans ist, zu Pockme rübergehen sollte. Weil die teilen einfach viel mehr Einnahmen. Ich glaube, die teilen sogar 95% der Einnahmen mit den Erstellern. Und genau deshalb kommen jetzt eben nicht nur ganz, ganz viele Zuschauer, die tatsächlich die Plattform nutzen, sondern die haben auch wirklich richtig viele etablierte Stars aus der Industrie, die momentan auf Pockme wechseln. Abgesehen davon wurden sie jetzt auch heute, oder sie werden, glaube ich, heute auf MXC Global gelistet werden. Also auf dieser Exchange hier werden sie heute gelistet. Und die werden ein paar NFT-Partnerschaften mit einer Menge von etablierten Akteuren in diesem Raum machen. Und auch die Roadmap. Da wird es eine weitere Top-Exchange geben, die in der nächsten Zeit ankündigen wird, dass da der Trading von Pockme aufgenommen wird. Das Ganze sollte jetzt irgendwann so im April mit April sein. Zumindest war das der letzte Stand der Dinge, als ich das letzte Mal davon gehört habe. Abgesehen davon, die Pockmplay-Funktion wurde bereits entwickelt. Und das Ganze erlaubt einen jetzt, einzigartige Videos zu kaufen und dann von den Einnahmen der Videoverleihe in Krypto zu profitieren. Aus all diesen Gründen denke ich, dass die Nachfrage ganz natürlich für dieses Projekt weiter wachsen wird und dass wir dann entsprechend halt auch durch dieses Level nach oben brechen. Bezüglich der XRP-Klage müssen wir natürlich schauen, wie sich das Ganze weiterentwickeln wird. Aber das Ding ist, als ich das erste Mal von dieser Klage gehört habe, habe ich gedacht, okay, XRP, alles vorbei. Ich meine die SEC, die Regierung, die, ja, was sollen die dagegen machen? Normalerweise denkt man, das ist alles vorbei. Aber die haben hier heftige Kämpfe ausgetragen. Es sieht danach aus, als wissen sie, was sie gegen die SEC machen. Ich meine, wir könnten hier einen riesigen Katalysator sehen und natürlich Altcoins ganz allgemein. Ich werde euch auf jeden Fall weiter auf dem Laufenden halten. Einmal mit großen Möglichkeiten, was große Coins angeht und noch größeren Möglichkeiten, weil die Coins kleiner sind. Das mit Pockme ist meiner Meinung nach eine langfristige Sache, denn ihr müsst euch vorstellen, und wenn die nur einen Bruchteil der Benutzerbasis von Onlyfans übernehmen könnten, dann wird das eine Riesensache sein. Wie ihr wisst, Leute, ich bin ein Halter von Pockme. Deshalb, es gibt einen Grund, warum ich diesen Chart beobachte. Einen Grund, warum ich euch das zeige, weil ich persönlich auch selber das Ganze im Auge behalte. Ich werde euch auf jeden Fall die Quellen unten in der Videobeschreibung lassen. Schaut rein, wenn ihr Bock habt und wir sehen uns dann im nächsten Video.